Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Recoded und ja ich habe mich entschieden noch eine Aufnahme zu machen allerdings müsste die heute dann ein bisschen kürzer werden beziehungsweise jetzt ein bisschen kürzer werden. So Platini ist erweitert worden, ja. Sheetuner, Sheetuner beeinflussen die Daten von sogenannten Gegnern, nutze sie um zahlreiche Einschränkungen zu ändern. Um die Sheetuner auszubringen musste sie über Chips und Energiespeisen. Hier rechts ist jetzt nicht neues, ne. Okay. Hier packen wir erstmal den Stufenchip rein. So. Abwehrchip. Nullchip. Ähm. Kann ich den nicht wieder entfernen? Äh. Okay. Na gut. Dann gucke ich mich zumindest noch ein bisschen in der Welt um. Allzu lange kann ich, wie gesagt, jetzt nicht machen. Hallo. Ich bin ja ganz woanders wieder rausgekommen. Ob das bei jedem Durchgang so ist? Gut. Ach, du könntest. Gut. Ach, du könntest. Gut. Ich hoffe... ...das wird jetzt hier nicht... zur Katastrophe. Okay. Also wenn ich da reingehe, komme ich da raus. Gut. Dann was passiert hier? Wo komme ich da raus? Okay. Wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich da raus. Okay. Ich habe jetzt noch nicht wirklich den Überblick. Gehen wir mal hier rein. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Ja, war ich auch noch nicht. Oh, ein Air Debugger. Kannst du Bugchips entfernen? Prüfe im Chipmenü, wie viel du besitzt. Ja. Welchen entferne ich denn jetzt mal den hier? Ich habe natürlich noch keinen neuen Chip. Demzufolge kann ich das jetzt nicht verbinden. Ähm. Ich wüsste, woher ich gekommen bin. Okay. Ah. Gut. Das ist also der Weg gewesen. Was passiert, wenn ich jetzt hier lang gehe? Dann komme ich zum Wort. Weiße Rosen erhalten. Okay. Jetzt habe ich das eine nicht gesehen. Das muss ja was für die Statusmatrix gewesen sein. Oder? Doch nicht. Ich habe keine Air Debugger. so. So. Fäiga Selbe? okay. Ah. Gut, dann level ich jetzt Vollgasalbe. Äh. Erstmal hier lang. So. Hier war ich nämlich noch nicht Eieiei Mist Ich konnte die Völker selber jetzt nicht ausprobieren Äh, von wo komme ich jetzt? Von hier, okay Na dann, wo führt mich der andere Weg hin? Aha Spiegel So Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist das hier auch eine Sackkasse gewesen Aber das hier war ja jetzt auch eine Sackkasse, ne? Ja Das heißt, dann gehe ich doch erstmal wieder zurück So, von da kam ich Hier könnte ich noch was finden Ja Äh, von da kam ich dann hier lang Eisklinge, okay Rote Rosen So, dann ist der Raum auch erledigt Geht's jetzt zurück In den Raum Dann kann ich jetzt nur noch hier durchgehen Ah, jetzt sind wir im Lutus-Hein Dann wollen wir mal gucken So Dann wollen wir mal gucken Nochmal Eis? Okay. Die beiden sind auch erledigt. Ähm... Ähm... Ist der noch lebt, trotz Verbrennung? Ei, ei, ei. Schön, dass ich den mitgetroffen habe. Ähm... Gut. Das ist der Garten der Königin. Du bist nicht befugt, hier zu verweilen. Verschwinde, oder du wirst festgenommen. So was Dummes. Ich muss versuchen, ungesehen an ihnen vorbeizukommen. Ich darf keine Aufmerksamkeit erregen. Falls dich unerfänglich sind, was entdeckt. Deck- und Abschusskommandos kannst du hier nicht einsetzen. Ja... Ich wollte da noch gar nicht hin. Zum Hacken-Labyrinth. Bevor ich das überhaupt mache, will ich erstmal hier fertig sein. Herzlosung. So... Läuft deutlich besser mit der... Deep Head-Einstellung. Okay. Ja... Toll. Das ist natürlich nervig. So... Lass mich raten. Ja... Ist auch unbekannt. So... Äh... Noch mehr. Wollen wir es jetzt so? Gut. Ist noch ein Wurtsch. Seltsames Loch. Ähm... Ganz offensichtlich geht es ja dann noch irgendwie rein. Ich liege nämlich noch weiter hinten. Hier irgendwie... Hier irgendwie... Nö... Irgendwie nicht. Tja... Dann... vielleicht doch irgendwie anders und stufen schupe halten gut dann gucken wir mal erstmal hier hoch aber dann bin ich wieder hier aha so war jetzt hier eigentlich irgendwas ja da ist eine Leiter gucken wir uns erstmal die Leiter hier an die führt mich jetzt wohin das erste mal komme ich jetzt hier hin wo ich wahrscheinlich schon mal war gut ja da war ich schon mal so das selte probleme aber versehentlich den ort wechselt da oben war ich aber noch nicht so gut dann muss ich jetzt die andere Leiter hochklettern Wörter 6 von 16 sehe ich gerade ok da darüber 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 ein ne achso ich habe ja auch ein Stufenchip gekriegt machen erstmal hier ne 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 nö 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 Jetzt kann ich höher springen. Das ist nice. Erhöht die Attacke. Machen wir einen Stufenchip rein. So und dann gehen wir jetzt hier weiter. Okay. Perfekt. Und Abwehr plus eins. Kann man auch gleich einsetzen. So. Ja, jetzt kann ich höher springen. Das ist nice. Kann ich jetzt über diese Hecke springen? Nein. Gut. Aber da ich ja jetzt schon mal versehentlich in den einen Garten da reingelaufen bin, wollen wir doch gleich auch mal das machen. So. Wir holen jetzt natürlich trotzdem alles. Okay. Okay. Weißes Kaninchen. Ist auch was für Alice. Okay. Hier ist ein Ausgang, den ich... Ach, der geht zur Lüchtung. Da müsste er ja schon mal gewesen sein. So. Vielleicht mal hier die zwei Kisten holen. Null Schip. Okay. Huh. Schreien gehabt. Kann die also abhängen. Das finde ich gut. Sofortige Rücksetzung wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Wehe mir. Was soll ich bloß tun? Nicht durchlassen, wie es aussieht. Irgendwas habe ich verwechselt. Nur was? Die Herzkönigin wird mich sofort enthaupten wollen, wage ich zu behaupten. Dabei habe ich geschuftet bis zum Umfallen. Weißt du vielleicht, was ich verwechselt haben könnte? Ähm... Aber natürlich. Statt roter habe ich weiße Rosen gepflanzt. Du hast nicht zufällig rote Farbe bei dir. Erinnerungswort Herzkönigin halten. Okay. Wir malen die Rosen rot. Wir malen die Rosen rot. Ich muss die Rosen unbedingt rot übermalen. Als Königin von meinem Fehler hatte ich die längste Zeit einen Kopf. Ja. Ich wusste es doch. Das hat Sinn ergeben, weil die im Film halt exakt das singen. Wir malen die Rosen rot. Wir malen die Rosen rot. Ähm... Aber wo komme ich hier hin? Fragezerwischen.